Hallo Sportsfreunde, ich bin Matthias Kindorf. Ich bin euer Reporter, der zum Super Bowl 52 nach Minneapolis fahren wird. Ich werde hier auf diesem YouTube-Kanal euch auf dem Laufenden halten. Ich werde euch alles zeigen, was ich auf dem Weg dorthin so erlebe. Auf dem Flug, im Stadion, in der Stadt, im Schnee bei minus 20 Grad. Und natürlich, wie die ganzen Amerikaner so ticken, wie das Spiel läuft. Alles seht ihr hier hautnah, unzensiert. Und ja, ich muss mich auch noch ein bisschen vorbereiten, bevor es dann morgen losgeht. Und das kann man natürlich nur an einem Ort machen, wenn man nach Amerika fährt. Und zwar an diesem Ort.